Hi Freunde, ich muss mein Fazit aus dem letzten Dolly 3 Video sowas von revidieren. In Kombination mit ChatGPT ist das Tool extrem stark. Für viele Anwendungszwecke ist es derzeit sogar stärker als mit Journey. Fangen wir vorne an. Als ChatGPT Plus Member kannst du jetzt auch Bilder mit dem neuen Dolly 3 Bildergenerator erstellen lassen. Da OpenAI sowohl ChatGPT als auch Dolly 3 gehört, denke ich, dass sie die besten Funktionen für ihre Plattform aufbewahrt haben. Und hier sehen wir die Funktionen. Bildgenerierung aus Text Dolly kann Bilder basierend auf Textbeschreibungen generieren. Der Text kann beliebig sein, solange er innerhalb der Richtlinien liegt. Bildauflösung Die gewünschte Auflösung des Bildes kann aus drei Optionen gewählt werden. Breit, quadratisch oder hoch. Das ist ja das, was ich im letzten Video bemängelt habe und ja, umso mehr freue ich mich, dass das jetzt hier möglich ist. Bildbeschreibungen Prompts Es können bis zu vier verschiedene Textbeschreibungen, Prompts, für die Bildgenerierung bereitgestellt werden, um eine Vielzahl von Bildern aus verschiedenen Perspektiven oder Interpretationen zu erhalten. Hier musst du quasi ChatGPT nur einen simplen Prompt geben und er wandelt es in vier komplexere Prompts um. Und wenn du keinen genauen Bildtyp angegeben hast, nimmt er vier verschiedene, die interessant für dieses Thema sind. Das ist eben dieses starke Zusammenspiel zwischen Chatbot und Bildgenerator. Da zeige ich euch natürlich gleich auch noch Beispiele. Die Richtlinien sind definitiv strenger als bei Midjourney. Man kann hier eben keine Politiker oder öffentliche Persönlichkeiten generieren. Das hängt wahrscheinlich auch mit den ganzen Klagen zusammen, mit denen OpenAI momentan kämpfen muss. Ja und das Thema Förderung von Diversität, das merkt man auf jeden Fall auch. Bei Personen werden dann beispielsweise immer Personen verschiedenster Herkunft generiert und genau. Seeds, auf Deutsch Samen. Für jeden Prompt kann ein spezifischer Seed bereitgestellt werden. Ein Seed ist eine Zahl, die den Zufälligkeitsfaktor des Generierungsprozesses steuert. Das Verwenden des gleichen Seeds mit dem gleichen Prompt führt zu einem gleichen Bild. Das fand ich relativ interessant und habe das Ganze auch mal getestet. Genau und so sehen die Codes hinter den Bildern aus. Wir haben einmal die Größe, den Prompt selbst und den dazugehörigen Seed. Das heißt, wenn wir den Prompt einfach so immer eingeben würden, würden wir jedes Mal andere Ergebnisse bekommen. Nutzen wir aber den Seed in Kombination dabei, kriegen wir immer das gleiche Bild, das wir erzeugt haben. Das kann hilfreich sein, wenn ihr zum Beispiel irgendwie einen Charakter erstellt habt, den ihr für einen Comic oder was auch immer benutzen wollt. Und diesen Charakter wieder verwenden wollt für weitere Bilder. Genau, in der Theorie geht ihr dann hin, erstellt einen Charakter und speichert euch den Prompt und den passenden Seed dazu. Dann habe ich ihn gefragt, finde ich den Seed bei heruntergeladenen Bildern oder nur in ChatGPT selbst? Genau und zusammengefasst findet ihr nur in ChatGPT, also er wird nicht in heruntergeladenen Bildern gespeichert. Das heißt, wenn ihr das Chatfenster löscht, dann ist dementsprechend auch der Prompt und der Seed weg. Daher, wenn ihr Charaktere oder Figuren habt, dann speichert euch einfach den Seed. So, hier ist einer meiner Tests. Ich habe hier den Bildtyp eingegeben, Foto. Das müsst ihr nehmen, wenn ihr ein fotorealistisches Bild haben wollt. About Shopping Basketballs in a Shop. Und dann hinten noch die Aspect Ratio, also das Seitenverhältnis 16 zu 9. Es ist nicht ganz 16 zu 9, aber er versteht, was ich meine. Danach habe ich gesagt, give me the JSON Codes of the image after generating. Das habe ich gemacht, weil man den Seed ansonsten hier gar nicht bekommt. Und genau, wenn ihr den haben wollt und wie gesagt eben diese Bilder speichern wollt, müsst ihr den JSON Code dazu noch generieren lassen, damit ihr hier eure Daten habt. Ja, und hier seht ihr direkt, bei mir ist überall der Seed 5000. Und das war durchgängig so. Deshalb würde mich interessieren, testet es bitte mal und sagt mir, ob bei euch auch 5000 als Seed gesetzt wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob das Account gebunden ist, diese Zahl. Das wäre auf jeden Fall super interessant. Ja, oder das System ist eben noch nicht so implementiert. So, ich habe dann einfach mal hier diesen ersten Prompt genommen und den nochmal eingefügt. Dann wurden wieder die vier Bilder generiert. Die sind auch schon sehr schön, muss ich sagen. Bis auf hier ein paar Köpfe, aber im Prinzip geht es in die richtige Richtung. Jetzt sind da natürlich sehr viele Menschen. Aber es spielt jetzt keine Rolle. Wir können jetzt auch im Nachhinein noch sagen, gib mir die Metadaten für Bild 1 bis 3. Genau, und dann kriegt ihr hier dementsprechend auch noch euren Prompt. Wenn ihr das jetzt nicht direkt mit in den Prompt eingegeben habt. Na, aber hier seht ihr auch Seed 5000. Ich hatte dann einfach mal den JSON Code hier eingefügt und es wurden tatsächlich die Bilder erstellt. Aber ihr seht, es ist in einem quadratischen Format. Das liegt daran, dass hier die Seitenverhältnisse nicht mit übernommen wurden. Hatte ich jetzt nicht getestet, das können wir jetzt mal so machen. Inklusive Seitenverhältnisse. So, genau, hier gibt er uns jetzt das Seitenverhältnis, aber das ist natürlich hier ein falscher Code. Dann geben wir einfach mal Size ein. Ja, genau, und dann gibt er uns hier die richtigen Maße. So, nehmen wir an, das ist jetzt hier unser Character. Dann kopieren wir das hier und das hier neu eingeben. Einfach den Prompt oder beziehungsweise den JSON Code hier so einfügen. Und dann kann er das auch direkt auslesen. Und so sieht auch dann jetzt der Bildererzeugungsprozess aus. In dem Fall nimmt er natürlich unsere Prompts, die wir vorgegeben haben. Ansonsten wird er hier vier Varianten erzeugen. Genau, in dem Fall macht er jetzt nur drei Bilder, weil wir nur drei angegeben haben. Bild 1 bis 3. Und jetzt müssten die Bilder eben genauso ausgespuckt werden, wie sie eben generiert wurden. Ja, und das sind die Bilder. Genau. Und hier nimmt er dann auch das Seitenverhältnis mit rein. Also ihr müsst die Size dann nochmal separat reinschreiben, sonst gebt ihr euch nur Seed und Prompt. So, ein paar Beispiele habe ich schon generieren lassen. Hier für meinen Blog beispielsweise. Das Mädchen, das sich gerade die Handballschuhe anzieht, ist ein sehr gutes Bild meiner Meinung nach. Ja, direkt im Store. Das habe ich somit mit Journey auf jeden Fall nicht hinbekommen. Ähm, genau. Genau, und diese Bilder kann man eben super einbinden. Ja, ich habe hier gute Erfahrungen gemacht, einfach 16 zu 9, also das Seitenverhältnis und dann danach Picture About XY, also ein Thema, einzugeben. Und dann gibt er dir ja eben diese komplexeren Prompts aus. Ja, das ist meiner Meinung nach auch schon ein sehr gutes Bild, das man verwenden kann. Das werde ich auch verwenden. Und genau, hier sind eben ein paar Beispiele. Ja, sowas wird natürlich auch generiert, aber wie gesagt, Trial and Error. Na, einfach ein paar Mal durchprobieren. Da sind immer Bilder dabei, die man dann verwenden kann. Hier ist auch nicht schlecht, ne, aber hier Respect the Sandbag ist natürlich ziemlich creepy. Das könnte auch eine Sandsack-Sekte sein. Naja, auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. 16 zu 9, Picture About the Price of Boxing Gloves. Ne, finde ich auch hier. Das ist auch ein Bild, das man nehmen kann. Das habe ich auch schon verwendet. Einfach, dass es nochmal den Preis darstellt. Oder hier, also ein Online-Shop. Ähm, da muss man dann noch die Schrift anpassen. Genau, da habe ich auch schon einen Trick rausgefunden, wie man das mit Canva macht. Das zeige ich dann in einem weiteren Video. Aber die Ergebnisse sind gut. Oder hier verschiedene Typen von Boxhandschuhen. Na, da kommen gute Bilder dabei aus. Die kann man verwenden. Oder hier die Wichtigkeit von Boxhandschuhen. Na, im Hintergrund sind ein paar Verletzungen, gebrochene Hände. Ähm, ja, und das symbolisiert natürlich auch nochmal die Wichtigkeit. Also ich muss sagen, die Kombination mit dem Chatbot und dem Bildgenerator sorgt für gute Ergebnisse. Genau, und wenn wir jetzt sagen, wir wollen von Bild 1 mehrere Variationen haben, dann geben wir einfach ein. Das könnt ihr auf Deutsch oder auf Englisch machen. Ähm, ich gebe den Prompt immer auf Englisch ein, aber im Prinzip funktioniert es auch sehr gut auf Deutsch, muss ich sagen. Ja, und dann kriegt ihr eben hier noch vier weitere Variationen. Ja, und hier seht ihr auch, was ich mit dem Thema Diversität meinte. So, um Bilder überhaupt erstellen zu können, müsst ihr natürlich auch hier oben Dolly 3 auswählen. So, jetzt testen wir das Ganze mal mit unserem fiktiven Prompt. Eine Welt, in der alle Tiere fliegen können. Genau, und hier seht ihr auch, dass der Prompt an sich in Englisch umgewandelt wird. Genau, hier haben wir eine Ölmalerei, eine Illustration und zwei Fotos. Das Ganze dauert auch immer eine Weile. Also es ist nicht möglich, hier super schnell Bilder zu generieren. Das ist auf jeden Fall ein Minuspunkt, aber ich denke, das wird in Zukunft dann auch noch weiter gefixt. Ja, und auch hier haben wir wirklich schöne Bilder. Genau, die finde ich sogar teilweise noch besser als mit Journey. Ähm, gerade hier so Illustrationen sind sehr, sehr stark. So, also um das Ganze anzuwenden, na, wir nehmen jetzt einfach mal hier die Boxhandschuhe. Man kann hier wirklich situativ alles erstellen lassen und das ist eben auch das Gute. Man kann hier schön Bilder für Unterüberschriften erstellen lassen. Das lockert den ganzen Beitrag auf und ja, die Ergebnisse sind auch einfach schön. Ein kleiner Trick ist noch, wenn ihr jetzt hier auf Downloaden klickt, ist das Bild meistens, äh, ja, zwei bis vier Megabyte groß. Wenn ihr aber jetzt hier auf das Bild draufklickt und das Ganze mit Rechtsklick runterladet, dann kriegt ihr das schon komprimiert. Ja, komischerweise jetzt auch als WebP-Datei, aber ihr habt ungefähr ein Zehntel der Größe und genau, falls ihr es hochladen wollt, ist das sehr gut geeignet. Ja, also mein Fazit ist, ähm, ChatGPT bringt mich jeden Monat wieder dazu, neue 20 Dollar auszugeben. Ähm, Dolly 3 in ChatGPT ist super, super stark und ich bin einfach gespannt, wie sich das Ganze in Zukunft noch verbessern wird. Mit den Ergebnissen kann man jetzt sehr gut arbeiten und ja, die Bilder dürfen alle verwendet werden. Also, es ist ein sehr, sehr gutes Feature und ja, ich werde es auf jeden Fall für mich nutzen. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wenn ihr euch über das Thema austauschen wollt, kommt gerne auf den Künstliche Intelligenz Deutschland Discord. Den Einladungslink findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, alles Gute!